Bei der Petra fragt es mich immer, wenn sie mit dabei ist, weil die Petra für mich, weil das parate Beispiel ist, dass Musik machen völlig unabhängig ist, wie viel Erfahrung man schon hat, beziehungsweise andere sagen, wie jung geblieben man noch ist und wie jung man bleibt mit Musik. Ja, ein riesen Applaus für alle, für die Petra. So, viel Spaß. Okay, wir müssen probieren ohne Mikrofon. Das klingt so hoch oder lauter, es ist wichtig, wie sind das, okay? Das klingt so hoch. Musik 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 Musik